Die NBA Preseason ist in vollem Gange und eine Sache, die ich dabei immer super interessant finde, ist, wenn wir einen ersten Eindruck von ein paar der Rookies bekommen, wie sie bei ihren neuen Teams so rein starten. Ich möchte heute mal über drei Rookies reden, die mich bisher in der Preseason positiv überrascht haben und ich möchte mich hierbei auf Spieler konzentrieren, wo ich das jetzt nicht so zu 100% vorhergesehen habe. Es wird also nicht um Reed Shepard gehen oder Rob Dillingham, beide überzeugten extrem, bei beiden überrascht mich das aber jetzt nicht so sehr. Aber starten wir doch mal direkt rein mit dem ersten Rookie und das ist Jarek McCain von den Philadelphia 76ers. Zuletzt machte er 20 Punkte gegen die Celtics, davor waren es 15 und 9 in jedem der Spiele, nicht nur in seinem letzten, ließe seine Qualitäten und sein Potenzial immer wieder aufblitzen. Wenn ich diesem Dude beim Basketball-Zocken zuschaue, dann sehe ich einfach viele Dinge, die ich mag und viele Dinge, die andere sehr erfolgreiche und gute Spieler auch sehr gut machen. Und genau das ist meistens ein ziemlich gutes Zeichen. Da hätten wir zum Beispiel, dass McCain ziemlich, ich will es mal furchtlos nennen, spielt. Hier, Derek White ist einer der besten On-Bottle-Fan auf dem Planeten, interessiert den Rookie nicht, Crossover, Drive, verzögert, Kontakt gesucht, Ball beschützt, einfache Punkte. McCain hat ein tolles Gespür, wie er sich Körperkontakt zu seinem Vorteil kreiert und er verbindet es halt mit einer Vielzahl von eleganten Moves, die Vielseitigkeit, er kann zum Beispiel auch beidhändig am Korb finischen. Das sieht man hier wieder schön erneut gegen Derek White, klasse Fußarbeit und erneut das Finish mit Links. Solche Spieler, die für egal welche Situation einen Ballhandling-Move haben, findet man nicht allzu häufig. McCain weiß ganz genau, wo seine Spots sind und auch wie er dort hinkommt. Und diese Spielintelligenz führt dann in der Regel auch zu super tollen Resultaten. Ich mag so vieles, sein Attack-Mode und wenn er seine Chance auf einfache Punkte am Korb riecht. Und auch dieses Pound-Dribble vor seinen Dreiern regelmäßig, so bringt er Konstanz in diese Pull-Up-Dreier rein. Hier ähnlich, sehr kleine Wurfform, sehr schneller Release, es gibt nichts an diesem Wurf, was man in irgendeiner Art und Weise kritisieren kann. Und dann muss er den Ball auch gar nicht mal zwangsweise dippen, nachdem er ihn gefangen hat. Ich mag seinen Einsatz wirklich und auch seine geschickten Hände. Ich mag aber auch seine generelle Defense, hier wunderbar, gegen niemanden Geringeres als Jason Tatum. Und ich glaube, mit so einem Natural Feel for the Game hat der Mann auch einiges in Potenzial als Passspieler für seine Kollegen. Man sieht das schon, er will die richtigen Plays machen, er will auch gute Looks für seine Mitspieler erarbeiten. Schaut euch das einfach mal hier an. McCain geht links über den Screen, verzögert, schirmt den Ball ab und findet dann den Kollegen. Oder hier, Between the Legs, rein in die Hässe, dann der Drive und das richtige Play gemacht. Ich mag den Kerl. Und wenn ihr mich auch ein wenig mögen solltet, dann schaut doch gerne mal auf meinem Instagram vorbei und lasst auch dort ein Abo da. Sorry für diese Überleitung, aber ich wollte es hier auch nochmal kurz ansprechen. Seit ein paar Tagen habe ich aktiv damit angefangen, auf IG Content-Tour zu laden. Ich habe mir den Sommer über ein Konzept überlegt und vor ein paar Tagen dann angefangen, dieses in die Tat umzusetzen, mit kleinen snackable Analysen auf Insta. Täglich kommen mehrere Posts mit News, mit kleinen Analysen, Breakdowns, Spielberichten, interessanten Fakten, Zitaten oder Umfragen. Dazu kommen kleine Video-Breakdowns in Form von Reels, kurz und knackig und das jeden Tag mehrmals. Also, wer Bock auf noch mehr NBA-Content hat, wer ein bisschen Behind-the-Scenes schauen will, sich vielleicht auch für den privaten Stuff ein wenig interessiert, schaut doch gerne mal vorbei. Lasst ein Abo da, kostet euch nichts, hilft mir auf Extrem und ihr würdet mir damit eine riesige Freude bereiten. Name ist der gleiche wie auf YouTube, ich habe euch die Page auch mal unten in der Video-Beschreibung verlinkt. Aber kommen wir doch mal zum zweiten Rookie hier und heute, der mich bisher in der Preseason sehr positiv überrascht. Und das ist Stefan Kasse, vierter Pick der San Antonio Spurs und von vielen kritisiert nach dem Draft. Wenn du Alex Caruso vor dir hast und gegen diesen zum Korb ziehen willst, so eine HESI auspackst, so den Ball beschützt und dann so am Korb finishst, dann mag ich dich. Wenn du so einen Left-to-Right-Crossover auspacken kannst und das Ganze dann mit diesem krachenden Dank vor Gold ist, dann mag ich dich. Ich meine generell, wenn du so danken kannst, dann mag ich dich. Wenn du so einen Kick-Out-Pass spielen und direkt im Anschluss-Problem los den Dreier cashst, dann mag ich dich. Und genau das gleiche gilt auch, wenn du Vorteile erweiterst, Close-Outs attackierst, durch die Defense und enge Räume Euro-Steps, ich mag diesen Dude wirklich sehr. Auch hier wieder Winning-Plays, Smarter-Plays, Richtige-Plays, Kassel spielt Basketball richtig. Ich sehe hier wirklich Anlagen eines wunderbaren Rollenspielers an der Seite von Wambi die nächsten Jahre, der dir etwas von allem gibt. Er kann Vorteile kreieren, mit dem Ball in der Hand gute Dinge entstehen lassen. Er kann sich abseitsweise wägen und Vorteile erweitern, hier schön mit dem klugen Extra-Pass zu Wemanyama. Er kann aus Vorteilen Kapital schlagen, entweder als Distanzschütze, oder als jemand, der den Ball nochmal auf den Boden setzt und den Korb attackiert. Kassel ist ein großartiger Transitionsspieler Und er ist ein richtig toller Point of Attack Defender, das gefällt mir durch die Bank weg hervorragend bisher von ihm in allen Bereichen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie er sich an der Seite von CP3 und Wambi macht in seinem ersten Jahr, ob er sich in diesem jungen Kern des Börs durchsetzen und direkt seine Rolle finden kann. Was uns zum letzten Rookie hier und heute bringt, und das ist Khalil Ware, ein Spieler, bei dem man sich wirklich fragen muss, wie konnte der aus der Lottery fallen? Ich denke, die Jeter haben sich hier möglicherweise einen der Steals des Drafts gesichert, einen ultra-athletischen Big Man mit elitären Shotblocking-Anlagen und sogar einem Wurf. Brian Windhorst beschrieb Ware nach dessen Debüt als Derek Lively mit Dreierwurf, da würde ich jetzt noch etwas auf die Bremse treten, aber man sieht zumindest ein paar Parallelen. Ware ist ein lächerlicher Shotblocker, ich meine, gebt euch das doch nochmal hier, zuerst blockt ihr den Korblegerversuch mit einer unfassbaren Wucht weg. Und dann direkt im Anschluss zwei Blocks in Serie, der erste sogar als On-Ball-Verteidiger gegen den Drive. Sicherlich muss dann noch jede Menge fein geschliffen werden, aber die Anlagen als elitärer Rim-Protector-Slay-Shotblocker sind auf jeden Fall da. Ich hoffe, wir werden zumindest irgendwann wieder auch Ware und Adebayo zusammen im Frontcourt der Heat sehen, das stelle ich mir langfristig richtig geil zusammen vor. Und offensiv kann er mehr sein, als dein klassischer Rim-Running-Lob-Catching-Bigman. Den Wurf habe ich gerade schon angesprochen, hier der Joel-M-Beat-Style-Pick-and-Roll-Jumper, auch für der Freiburflinie. Und hier sogar der Dreier, die Wurf-Form ist jetzt noch nicht komplett aus dem Lehrbuch, aber sie ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder muss überarbeitet werden an irgendwelchen Stellen. Ob er mal ein echter Stretch-Bake wird, sei jetzt mal dahingestellt, aber dass er zumindest schon mal nicht zögert, auch mal von weiter weg abzudrücken, ist, wie ich finde, ein tolles Zeichen. Schon in der Summer League dominierte er am Rim und das ging in seinem ersten Pre-Season-Einsatz so weiter. Viel Pick'n'Roll, viele Lobs, viel Abrollen, der klassische Stuff eben, aber auch den kann er. Ich bin mal echt gespannt, ob er zumindest mal einen Derek-Lively-Like-Impact haben kann als Rookie. Wenn man das aber irgendwo kann, dann in Miami und der Eric Sport-Try in diesem System und in dieser Culture. Die Rookies der Heat in den letzten Jahren sahen regelmäßig von Anfang an sehr gut aus, erinnert euch nochmal zurück an Jaime Hakes Jr. letztes Season, ich bin also ziemlich optimistisch. Aber schreibt mir doch immer in die Kommentare, ob euch noch jemand anderes positiv aufgefallen ist. Und checkt wie gesagt ja mein Instagram ab, da geht's richtig ab gerade, es werden jeden Tag mehr, alleine gestern und heute kamen knapp 100 neue Leute dazu. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.